Na, wie war 2020? In Summe war das Jahr ziemlich komisch. Und die Differenz von den Schultagen war auch ziemlich groß. Corona war da ein sehr entscheidender Faktor. Möchtest du jetzt echt den Schultagsquotienten ausrechnen? Warum nicht? Na, ich glaube 2020 behalten wir uns einfach so in Erinnerung. Ja, passt. 만들어 auf dieser Sorge. Bis zum nächsten Mal. ullehrer